und damit moin und herzlich willkommen zum nächsten kartellmarkt aktuell video eine woche ist wiederum ich glaube jedenfalls das letzte woche auch ein video kam bin mir gerade nicht ganz sicher ich denke aber schon egal eine woche ist rum wir sind in der letzten woche vor weihnachten es gibt natürlich keine großen inhaltlichen änderungen mehr im spiel an sich aber natürlich gibt der kartellmarkt noch ein paar sachen her und da gucken wir jetzt direkt mal rein und da springen uns auch direkt ein neues rüstungsset entgegen für 1440 kartellmünzen ganz klassisch aber ein set was es so noch nicht gab deep cover objectives armor set ich sagen schauen wir mal rein wie das denn im detail aussieht ok also ein brust stück wieder etwas verwirrend mit einer einseitigen schulterklappe die hier über den gürtel verbunden ist und ihrem platz gehalten wird ansonsten ich sag mal gürtel abwärts scheinbar relativ wenig details der eine schuh hat noch mal ein bisschen was der andere sieht daher da ging aus wie ein 08 15 schuh auch der mantel sonst naja mehr oder weniger hier sieht man ein bisschen dieses klassische aufgeräufelte leder was man bei normalen lederjacken oftmals sieht wenn die etwas länger schon getragen sind ja naja 1440 sag mal special keine animation oder sowas klassischer preis für ein klassisches set ich würde es mir nicht holen weil es nichts besonderes ist wo man sich das sicher noch mal angucken müsste wie färbt das denn würde ich sagen machen wir auch mal gleich und schauen uns an ob das auch in ordnung färbt weil wenn das dann nicht färbt dann ist es auch kein geld wert im endeffekt wir suchen einfach mal nach einem black white modul damit kann man das sehr schön von anfang an sehen hier sehen wir mal was alles weiß färbt also es sind teile von diesem schulterstück hier der gürtel teilweise die schuhkappe vorne auf der einen seite und das gegenstück sieht dann so aus naja ich sag mal einige teile färben nicht mit gerade dieser eine ärmel hier der halt immer in diesem komischen grau bleibt aber gut 1440 sag mal für ein set okay ich würde es nicht holen weil es mir persönlich nicht gefällt aber das ist eine andere sache live der banal gibt es immer noch und dann gibt es noch zwei pakete die wir uns gleich angucken dann gibt es noch mehr pakete die wir uns angucken müssen dazu allerdings gleich mehr erstmal müssen wir noch eine runde ja 3600 und 4600 für ein lichtschwert ne sorry also das sieht ja nicht mehr ansatzweise so aus wie das von äh entsprechender figur im film weil das hier ist einfach silber im film das ist schwarz also das ist noch mal ein unterschied der griff sieht einfach mal im film anders aus und denn 35 euro oder sagen wir auch nur 30 euro für lichtschwert zu bezahlen was ich noch nicht noch nicht mal auf allen charakteren tragen darf sondern dann noch mal freikaufen muss ne tut mir leid fällt aus ist nicht genauso das doppeldichtschwert also ganz ehrlich viel zu teuer dann haben wir hier drüben immer noch das master starter con immer noch 2000 logischerweise es war nie was anderes angedacht weiß nicht warum immer noch da dieser angebliche sale drauf ist hypercrate ist runtergesetzt brauchen uns aber nicht weiter angucken weil es ja hypercrate so und dann gibt es und das machen wir mal über die suche gibt es aktuell wieder armor packs zum beispiel bronze silver und gold das heißt im bronze armor pack ist mindestens ich glaube laut definition bronze silber oder gold zufällig vom kartellmarkt im silber paket ist dann ein rüstungsset drin silber oder gold und im goldenen armor set ist dann drin ein goldenes armor set das heißt keine keine silbernen keine epischen sachen ich weiß nicht gibt es silberne glaube schon müsste man auch mal direkt nachgucken ich glaube es gibt nur waffen in hier platin also ein ganz episch ne ich glaube doch gibt es auch doch gibt es auch also diese gehen ja klar rewe und was auch sonst die sogar nicht dazu ja die sind sind im goldenen paket nicht mit inbegriffen die sind nicht teil dessen geben noch mal pack ein kommt zurück hier hin rüstungsset das ist natürlich wieder das ganz klassische gambling also das ja zufällige würfeln im endeffekt darauf ob man was bekommt oder nicht habe ich schon einige male gesagt was ich davon halte würde ich mir definitiv nicht holen einfach die wahrscheinlichkeit dass man wirklich was gutes daraus bekommt relativ niedrig ist weil es auch goldsätze gibt hier zum beispiel die einfach mal nichts wert sind beziehungsweise die auch nicht mal gut aussehen dementsprechend rate ich dafür nicht davon ab vielleicht gibt es den einen oder anderen der paar sachen übrig hat der soll da bitte darauf würfeln wenn er lust drauf hat dann gibt es hier unten jetzt auch diese grand toy pack pet pack emote und companion paket wieder also dass man das dann was draufsteht ja emotes pets toys companions companions ziemlich teuer weil die companions heute sind der etwas anders als die früher die heute die man da rauskriegt also dass der richtige companions nicht nicht nur pets das wollte ich damit sagen dass der richtige companions die mitkämpfen und nicht nur diese pets die einfach nur mit laufen aber gut okay genau dasselbe wieder dieses gambling dieses zufällige kriege ich was draus oder kriege ich nichts raus 1800 ist echt viel 75 kann ich sagen ja gut schmeiße ich meinen rein aber kann man auch müll im mode rauskriegen der anderen seite haben wir dann noch das grand companion customization pack das ist so eine sache war von mir aus das ist jetzt nichts spielbewegendes sage ich mal ob jetzt die die der companion so aussieht oder eben anders grand titles pack okay kann man titel rauskriegen farbmodul ist vielleicht schon ein bisschen interessanter für den einen oder anderen weil man da durchaus auch schwarz weiß zum beispiel auskriegen kann was ja relativ teuer ist dann allerdings kommen wir hier zu den dekorationspaketen bronze silber und gold auch wiederum da kann soweit ich weiß alles drin sein solange die qualität richtig ist also hier kann natürlich nur gold dran sein hier dann silber oder gold ne hier steht sogar drauf kann enthalten bronze silber oder gold dass es im bronze baguette und hier steht darauf dann silber oder gold eine sache das heißt man hat entweder glück oder pech gleiches gilt natürlich hier für die mounts 1500 für den mount und dann ist am endeffekt vielleicht doch nur ein langweiliges gold ist drin es gibt auch gold die nicht so spannend sind und dann crystals und weapons weapons ist vielleicht noch mal ein interessanter eine waffe das heißt da kann auch das lichtschwert drin sein was hier vorne drauf ist ja da kann auch eine super coole waffe drin und daher würde ich da auch definitiv nicht empfehlen zu kaufen weil das einfach mal genau dasselbe ist wie mit allen den anderen paketen ja die sagen hier du kannst was gewinnen wenn du glück hast und kauf jetzt mal und dann kaufst du sie kriegen geld dadurch und du kriegst im endeffekt doch nur müll das ist wenn man hier so ein festes set kaufen wie zum beispiel von frieden hat dann weißt du genau was du bekommst für einen festen preis dann bekommst du genau das was du haben möchtest und das ist bei den paketen halt nicht der fall und deswegen würde ich sagen lass da lieber die finger von so jetzt kommen wir nach live day es gibt jetzt nämlich das ding wieder die live day snowball cannon logged in collections aber ich würde sagen weil ich dieses ding mag jetzt habe ich noch nicht rüber geholt und weil es mir letztes jahr aus irgendeinem grunde ich gekauft habe ich glaube weiß verpasst habe kaufen wir die jetzt transferieren die mal rüber und ja gucken uns das ganze mal die sache ist bei diesem das war der mikrofon haben bei diesem gerät ist es folgendermaßen so wir gucken uns mal an wo wir den schneeball haben da ist der schneeball nehmen wir den schneeball und die live day können nebeneinander und gucken uns mal an was drin steht richtig eins zu eins dasselbe hier steht noch drin deshalb können wir noch in der collection anlocken das hier nicht gut die hier kostet auch bloß credits die hier kremen sind ansonsten steht oben drin genau dasselbe 30 meter reichweite dann diese lustige animation danach und natürlich bekommen wir ein paket daraus ja jubel only five pass als ihr target ist not already das ist das heißt es sind dieselben conditions sozusagen dieselben bedingungen unter denen wir ein paket kriegen der cooldown von dem schneeball 15 sekunden hier sieben sekunden jetzt werfen wir mal den schneeball und wir können direkt danach das ding werfen das heißt unsere chance hat sich verdreifacht denn bevor der cooldown abgelaufen ist können wir den schon wieder schießen das heißt wir kriegen praktisch in einer rotation von dem hier insgesamt drei kugeln raus das heißt die dreifache chance ein paar paket zu droppen wer also ganz doll hinterher ist diese pakete zu bekommen dem empfehle ich vielleicht doch diese karte müssen zu investieren weil man ziemlich schnell noch an mehr pakete kommt gerade wenn man die sache mit dem companion macht ist gerade kein da ich werde den mal holen der einzig waren war keine 50 mal gucken dass ich den hier auf 1 26 genau dann werfe ich ihn damit abklick das weg kommt der cast das ist ja kein cast das ist sofort da das sieht bloß so cast gecastet aus jetzt kann ich schon wieder ich klicke den erneut weg und jetzt warte ich im endeffekt nur noch vier sekunden darauf dass ich den ball wieder werfen kann darf ich den ball kann das wieder weg klicken kann das nicht aktivieren kann das auch wieder weg klicken und warte vier sekunden darauf dass das ding fertig ist muss keine 15 sekunden mehr darauf warten und dann habe im endeffekt nur eine kurze festgelegte rotation wie ich das mache und bekommen dementsprechend relativ gute pakete raus statistisch gesehen kriege öfter welche raus weil ich öfter schieße aber natürlich jetzt gerade kommt nichts weil murphys gesetz da mein gut also das wollte ich bloß noch mal zeigen damit sind wir im endeffekt durch mehr gab es für den karteimarkt auch nicht und mehr gab es für das ganze spiel auch nicht ich wünsche euch dennoch jetzt schon mal frohe weihnachten nächste woche sehen wir uns eventuell weiß nicht ob sie da im karteimarkt was machen wenn nicht sehen wir uns nicht ansonsten hören wir uns dann spätestens im neuen jahr wieder sollte es erst im neuen jahres werden dann wünsche ich euch einen guten rutsch natürlich entspannte festtage vorneweg schon mal mein name ist die oder ich bin raus tschüss rutsch 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 Bis zum nächsten Mal.